Die Verwaltung des Krankenhauses wäre ohne den Einsatz modernster Management-Methoden nicht denkbar. Rund 320 Mitarbeiter sorgen für das Wohl der jährlich 5.600 stationären und 3.000 ambulanten Patienten. Ob es die technischen Einrichtungen, die Küche, die Reinigung, die Grünanlagen oder die gesamte Fehr- und Entsorgung des Hauses betrifft, die Koordination dieses Großbetriebes verbunden mit permanenten Prozessoptimierungen bedeutet Projektmanagement auf höchstem Niveau.